Yo, was geht meine Freunde? Wir sind in der Folge 2, die Sonne geht gerade auf. Ich trau mich gleich wieder nach draußen, weil ich die Hoffnung hab. Guck, die Zombies brennen alle. Und hier war gerade irgendwie... Guck mal, ist das eine Mumie da? Hab ich auch noch nie gesehen. Oh Gott, die sind hinter den Villagern her. Wir gehen jetzt einfach mal nach draußen. Ich trau mich mal. Da ist noch eine Spinne. Komm nachher. Ich brauch dich. Hier war ja irgendwo ein Rahmob. Der ist satt. Und der stirbt gerade irgendwie nicht. Ich versuche jetzt einfach... Ja, da gehen die Behinderten, gehen da auch mitten rein, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja gar nicht überleben. Der bewirft mich auch noch mit irgendeinem... Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Super, da war eine klasse Idee von mir. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist der Spawn nicht so weit weg. Ja, und dann wurde ich auch noch erschossen von einem... Aua. Von einem Skelett und nicht von einem Zombie. Ja, das ist ja der super Anfang wieder für die nächste Folge direkt. Geil. Ich bin das erste Mal gestorben, die zweite Folge. Respekt, oder? Ja, warum das Skelett nicht gestorben ist, frage ich mich gerade. War das einfach auch irgendwie ein Rahmob? Aber meine Items müssten ja noch da liegen. Darum, äh... Habe ich direkt eine... Habe ich versucht, eine Welt zu generieren. Wo ich... Ähm... Direkt am Spawn bin. Denn wie ihr seht, habe ich jetzt meine Items noch. Da man da nicht lang hat, hinzulaufen. Das Schwert ist fast kaputt. Was jetzt nicht so schlimm ist. Weil kein Gutes ist. Ich habe noch Essen. Ähm... Ja, gut. Wirklich gebracht. Hat er jetzt nicht? So, okay. Wir müssen uns ein bisschen... Bisschen, äh... Fokus, Junge. Fokus, Fokus. Was ist denn mit dir los? Na gut, die coolen Sachen sind jetzt scheinbar alle weg. Hau doch mal ab, da. Gib jetzt hier noch irgendwas, was ich noch nicht kenne. Ne, das kenne ich alles, ne? Wir brauchen Eisen. Dringendst Eisen. Da sind Dias, aber die helfen uns noch nicht. Boah, erstmal Eisen. Was ist denn da drin? Da drin könnte auch noch was sein. Wir gehen einfach mal da hoch, oder? Ja, hauptsache ruckelt auch mal... Ruckelt ich mal durch die Welt hier. Wir gehen jetzt mal da hoch. Wir brauchen ganz dringend ganz viel Eisen. Na komm. Na geil. Na. Okay. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Da müssen wir hin. Haben wir? Wir haben 18 Erdblöcke dabei. Kommen wir damit da hoch? Ich weiß es noch nicht. Wir haben... Ne, das ist noch hoch. Wir haben keine Schaufel gemacht. Weil ich ja so clever bin. Habe ich keine Schaufel gemacht. Wir nehmen mal noch ein paar mit. Dann bauen wir uns da erstmal hoch. So, 26 Stück müsste erstmal reichen. Und dann gucken wir mal. Da ist nämlich die komische... Ja, wie nennt man das bei den... Ähm... Die, äh... Schmiede. Ja, tschüss. Hier kriegen wir nichts her. Aber hier ist immer eine Truhe drin. In der nicht... Nicht schlechte Items sind. Das kann man so sagen. Guck mal, wir haben... Oh, geil. Jetzt können wir die Dias holen, Junge. Junge, Junge. Sehr gut, nicht wahr? So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen gerüstet. Hier haben wir noch Lava. Die Öfen können wir mal eben... Eigentlich abbauen. Hä? Ihr seht schon, mein Inventar ist wieder super sortiert hier. So, die Öfen nehmen wir mit. Und hier ist Kohle, guck. Sehr gut. Die nehmen wir nämlich mit. Die brauchen wir nämlich auch. Im Moment zwar nicht so sehr, um Fleisch oder so zu braten, weil... Das benutzen wir ja nicht. Aber, zum Beispiel für Fackeln. Ganz wichtig. Fackeln sind wichtig. Richtig. Richtig. Okay. Jetzt muss ich nur irgendwie managen, nicht ganz runterzufallen. Das wäre sehr gut. Sollte ich mal irgendwann auch einfach einen richtigen Aufgang hochbauen. Aber jetzt auch egal. Denn... Ah ne, warte mal. Ach, ist egal. Denn jetzt können wir uns die Dias holen direkt. Da machen wir uns nämlich erstmal ein Dias-Schwert, glaube ich. Ähm... Hopp. Hier geht... War das hier? Ja, hier kommt man auch schon direkt ganz nach oben. Boah, ist das geil. So Lian-Dinger sind schon nice. Finde ich cool. So, guck. Da sind Dias. Alter, ich glaube, da hätten wir auch... Ah ne, warte mal. Da oben ist ja auch noch... Ne. Ich bin ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Aber das macht nichts. Das macht doch nichts, nicht wahr? Wenn es geht, nicht runterfallen. So. Jetzt haben wir nämlich schon eine Eisen-Pick-Ax. Das ist richtig geil. Und hier ist auch noch Eisen. Guck dir da rein. Und sogar noch mehr Dias. Sehr gut. Das ist mal so... Ich bin hier auf der Hütte von... Ach so. Ah, okay. Ja, okay. Ja, Lapis scheiße ich jetzt erstmal drauf. Brauche ich nicht. Würde ich sagen. Scheiß auf Lapis gerade. Ähm... Wir nehmen uns noch die Karotten mit, die hier sind. Ja, Möhrchen könnten wir gebrauchen. Möhrchen, ne? Äh, Möhrchen, Kartöffelchen. Möhrchen haben wir ja. Aber ja, so ist das halt. Ist das fertig gewesen? Ich glaube, das ist fertig. Manchmal sieht man das so schlecht, finde ich. Ob das gut ist oder nicht. Zumindest in dem Text-App-Pack, oder? Irre ich da. Ich weiß es nicht. Egal. Schafe. Schafe. Ne, erstmal müssen wir dann eine Schere machen. Weil ohne die geht das nicht. Na komm. So. So, 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 so. Dann welches Haus hatten wir jetzt in Beschlag genommen? Hier oder rechts? Das. Nein. Das. Das? Ja, das. Mit den Stufen. Das ist jetzt meins. Verpisst euch alle. So, dann können wir jetzt nämlich erstmal zwei Öfen hier irgendwo hinsetzen. Und zwar können wir die auch genauso gut da mit drauf tun. Da packen wir jetzt erstmal das Gold rein. Und die Hälfte an Kohle. Wir haben hier auch noch kein Dings, ne? Ne. Ihr habt... Wo, wo? Da, guck mal. Den muss ich jetzt mal eben haben. Vielen Dank. Boah, ich bin ja so behindert. Was ist das denn da? Mein Gott, wie kann man denn nur so scheiße dumm sein, ey? Ähm. Da machen wir uns jetzt nämlich auch noch fackeln. Nicht viel. Boah, jetzt muss ich auf einmal pinkeln. Das ist auch nicht so vorteilhaft. So, dann packen wir uns jetzt hier in die Kiste auch erstmal alles rein. Was wir gerade nicht brauchen. Ähm. So. In etwa. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Fackeln. Das lassen wir mal. Boah, jetzt muss ich echt pissen. Mann, 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 Mann. Das können wir gleich auch kochen. Denn das gibt Leder. Da können wir uns schon mal Schuhe machen. Wir bauen uns eine Schere. Und hoffen, dass wir irgendwo, ähm... Irgendwo Schafe finden. Boah, jetzt muss ich wirklich pissen wie so ein Pony. Ey, das gibt's doch nicht. Boah, scheiße. Egal. Das ist nun mal so. Das Dick sollte man auch immer dabei haben eigentlich. So. Weil das Schwert hat wohl ausgedient, würde ich sagen. Ja, komm. So, geht doch. Dann machen wir nämlich eben so. So. Und dann haben wir schon mal Schuhe. Das ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Boah, jetzt muss ich wirklich pinkeln. Wie ein Pferd. Aber ich möchte gerne nochmal ein bisschen die Welt erkunden gehen. Da ich jetzt hier ein bisschen... Ja. Gewappneter bin. Und da hinten sind Birkenwälder. Das ist doch eigentlich ein gutes Zuhause für Schafe, oder? Nicht. Doch. Aber es wird dunkel. Das ist nicht gut. Ich seh das jetzt schon. Boah, ich muss wirklich so was von übelst pissen gerade. Boah, wo kommt das denn auf einmal her? Vielleicht liegt das an dem anderthalb... Aua, Moment. An dem anderthalb. Ich muss mich anders hinsetzen. Ohne Witz, sonst überlebe ich das nicht. Ist das doch gut so? Ja, ne? Ja, steh ruhig rum, wenn das hier Nacht wird. Ist nicht so schlimm. Macht ja nix, ne? Und eigentlich möchte ich das Equip, was ich jetzt hab, auch nicht mehr verlieren. Aber das... Ich seh schon schwarz. Ich werde das verlieren. Da ist ein Wolf. Den suchen wir aber nicht. Sondern wir suchen... Schafe. Hallo Schafe! Schafe, wo seid ihr denn? Wo sind denn die Schafe? Grüße. Ist ja überhaupt nicht gefährlich, was ich hier tue. Quatsch. Wie kann das denn sein, dass hier nirgendwo Schafe sind? Ganz viele Hunde, also Wölfe. Aber die sind ja auch noch nicht, meine Freunde. Greifen die Monster an? Trotzdem? Vielleicht? Hm. Ich glaub's nicht. Ja, da kann ich mich irgendwann mal mit beschäftigen, was hier noch so alles rumliegt. Aber im Moment hab ich Angst. Weil mein Equip eindeutig nicht gut genug ist. Wir sind keine Schafe. Wir sind keine Schafe. Wir sind keine Schafe. Echt nicht. Ja, dann werde ich mich jetzt einfach nur mal wieder nach Hause durchbeißen. Und, ähm... Der hat keine Dings gedruckt. Keine Strings, ne? Nein, nur ein Emerald Peace. Oder was weiß ich, wie das heißt. Gut, achtgeben, was hier so alles passiert. Viele Wölfe. Leck mich am Arsch. Extremst viele Wölfe. Dann schwimmen wir da mal rüber zum Eisgebiet. Eigentlich dachte ich, dass hier der perfekte Ort ist für Schafe. Aber nicht ein Schaf. Oder sind die nachts nicht da? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Natürlich sind die auch nachts da. Wo sollen die denn hin? Ich weiß es nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Ich mein, ich hab zwar jetzt schon ein fettes Dia-Schwert. Aber meine Ausrüstung ist doch... ...sehr mager. Ein Skelet. Aua. Eigentlich möchte ich mich mit dem nicht anlegen. Weil... ...ich da absolut nichts von habe. Im Moment brauche ich keine Knochen. Hier ist überall die Barley-Scheiße. Gysal. Hier ist ein Weg, Alter. Hier ist noch ein... ... ... ... Mann, ey. Komm her, du Homo. Ich mach dich kaputt jetzt hier. Zack. Komm. Geh mir nicht auf Nüsse jetzt hier. Und hier sind Kartöffelchen. Guck mal. Geil. Alles mitnehmen. Da kannst du aber für dich dann mitnehmen. Wer wohnt denn hier bitte? Da hinten wohnt einer. Ja, auch interessant zu wissen. Gehört das irgendwie noch zu meinem Dorf dazu? Sieht ja eigentlich nicht so aus. Aber das juckt mich eigentlich ja überhaupt nicht. Weil ich brauche Schafe, Alter. Warte mal. Ja, sicher gehört das dazu. Das... Aha. Da wurde das getrennt quasi. Aber da habe ich auch keinen Bock jetzt gerade. Hier ist Zuckerrohr. Das ist auch gut. Wenn wir Kartoffeln gefunden haben, ist sehr gut. Kartöffelchen. Sehr, sehr gut. Da sind ein paar bekackte Zombies. So wie ich das sehe, sind das normale. Das ist dann gut. Oder was heißt, das ist nicht gut? Aber das ist nicht so schlimm. Da ist noch eine Spinne. Und weh, du droppst kein String, Alter. Ne. Was eine blöde Fotze. Ja, hm. Das hat wieder gar nichts gebracht. Wir haben eigentlich nicht viel geschafft. Na, lauf doch. Ich brauche ein Bett. Wenn ich ein Bett habe, dann... Aber solange ich keine Schafe finde, habe ich auch kein Bett. Das ist nun mal so. Da hinten waren... Aber dann laufe ich das nächste Mal in die Richtung. Gucken wir mal, was da geht. Ja, ja. Wieso ist hier eigentlich die Tür offen? Welches war denn jetzt mein Haus? Ich kann mir das nicht merken. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Dat da, ne? Ne. Hä? Hä? Welches ist denn jetzt hier meine Hütte? Verarsch die mich jetzt? Hä? Hä? Das hier? Nein. Aber da war ich auch noch nicht drin, ne? Hey, Leute, was geht? Aber bei euch gibt's nichts Tolles. Das ist meine Hütte, mein Gott. Hi. Ja, dann, ähm, haben wir eigentlich nicht viel gefunden. Aber was soll's. Ich hab auch jetzt schon wieder keine Kohle mehr. Macht nix. Dann beende ich die Folge jetzt nämlich erstmal hier. Und beim nächsten Mal sehen wir echt zu, dass wir irgendwo Schafe herbekommen oder halt wir weiterhin Spinnen töten, so gut es geht. Und bei, was haben wir jetzt gesehen? Fünf Strings. Das ist nicht viel. Zwei Dias, das ist wirklich nicht viel. Aber wir werden schon irgendwie überleben. Irgendwie machen wir das schon. Dann kann ich jetzt auch pinkeln gehen. Ja, läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen, kann ich dann nur sagen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Beim Dschungelkind-Projekt. Und ja, wir schauen mal. Ja, wie gesagt, die ersten zehn Folgen, oder was, werde ich jetzt damit beschäftigt sein. Erstmal ein Bett zu bekommen, weil ich das gern hätte. Ja, so, fertig. Kann ich auch nicht mehr zu sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für Zuschauen und schossen!